Oh, jetzt kommt der Marble Garn, richtig schön. Hier schafft man es übrigens, durch ein bisschen Bug-Using, mit Sonic an den Boss von Knuckles zu kommen. LOL. Und dann musst du aber... What the hell? What the hell? Das ist übrigens auch ein ziemlich schöner Bug, den du benutzt hast. Das war eigentlich gerade nicht beabsichtigt. Was auch ist übrigens, wenn du den Boss besiegt hast, musst du dich danach irgendwie selbst umbringen, glaube ich. Weil du sonst dann nicht mehr rauskommst. Weil du dafür Knuckles brauchst. Dieses Level ist übrigens richtig prädestiniert dafür, Bug-Using zu benutzen, weil... Diese Zone ist ziemlich hoch und das lädt der Mega Drive nicht mit einmal. Da kannst du, indem du hier diesen... Genau, nach unten oder nach oben guckst und machst, und dann springst, springst du quasi aus der Map raus. Und das kriegt der Mega Drive nicht hin. Da macht er ganz seltsame Sachen mit. Richtig witzig, ey. Nee, da gab es, glaube ich, nichts, oder? Ich kann nicht da hochfliegen. Ich glaube, von da kommt man eigentlich, glaube ich. Nee, kommt man nicht. Da kommt man nochmal so hoch. So, gucken wir mal. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo wieder so einen Riesenring. Hoffentlich mal. Ih, die Viecher musste warten. Jetzt. Jetzt kannst du. Ja, mich stört das als Tails jetzt nicht mehr so. Ja, ja, weniger, ne? Weil wegen unsterblich. Ups. Ah, ich muss überlegen. Also, ein oder zwei von diesen Mega-Ringen wusste ich auch noch, wo die waren. Glaube ich. Mhm. Aber hier waren sie definitiv nicht. Oh, äh, Dankeschön. Und da haben wir wieder mal ein Leben dazubekommen. Ups. Ja, man sieht schon, das Spiel hat vom Schwierigkeitsgrad her echt ein ganz anderes Level als Sonic 2. Mhm. Ähm, wir haben jetzt schon 17 Leben. Ja. Also. Ich glaube, bei Sonic 2 hatten wir so definitiv nicht so viele. Wir hatten irgendwann zwischendurch, glaube ich, mal sieben oder neun, neun hatten wir, glaube ich. Und dann haben wir zum Schluss mega abgekackt. Äh, das ist so richtig. Ja, vor allem beim Boss dann. Also in der Metropolis Zone war das der dann. Wobei der, der Endboss-Fight von hier ist auch einfach legendär, Alter. Ja, sowieso. Wir wollen mal nicht zu viel spoilern, aber es wird definitiv ein cooler Kampf. Ich liebe diese Stelle. Also als Kind habe ich da so gezittert und Gänsehaut bei ihr habt. Ja, wegen der, allein schon dieser Atmosphäre, die der Bosskampf da ausstrahlt, ne? Ja. Ja, dieser Wechsel da von Tag und Nacht und Nacht und die Musik, die im Hintergrund läuft, die einfach so richtig schauderhaft wird, ähm, äh, schon, äh, schon geil, also. Um ehrlich zu sein, diesen Kampf, von dem wir gerade sprechen, den gibt's auch in der 3DS-Version von Sonic Generations, nur in leicht abgeänderter Form, also ganz leicht. Gibt's da was? Ja, da ist ein. So, das war dieses Mal dein, ne? Ja. So, du packst es jetzt aber, ne? Blau-Weiß. Ja, so wie wir uns Sonic 2 mit den Sprungfedern, wa? Din, 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 din. Ob so schlau ist die Kugel so einzusammeln? Irgendwie, weil du musst da eh nochmal durch. Ja, ja. Ah, ich muss ja nochmal. Eine. Also ich irgendwann muss ich auch wieder zurückkommen, quasi. Das klappt schon nicht, du kannst, du kannst über zwei Bälle gleichzeitig passen. Du kannst mit einem Sprung zwei Bälle nehmen. Äh, 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 zwei Bälle. Äh, 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 zwei Bälle. Äh, 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 äh. Bei der, äh, 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 äh äh, äh, äh. Bälle, äh, äh. Das ist Sandy. Ja, die wahrscheinlich auch. Ich dachte, das hat er an Gisela. Schöner Insider. Mach dich. Hier kriegt man echt schon eine ganze Menge mehr blauer Bälle als bei der Zonen eben gerade. Blauer Bälle. Ne, versteh ich nicht. So wie gesagt, so ein typischer Flachwitz. So, und hier komm ich jetzt auch wieder raus. Schön. Kein Ding. Kein Ding für einen Tee. Der gleich beim ersten Versuchen der Special States. Ich hab drei Bälle eingesammelt. Bälle. Bälle. Versteh ich nicht. Schau mich. Nein, Mann. Sind noch 12. 1, 2, 3, 4. Jetzt noch 8. 1, 2, 3, 4. 2 und 4. Und wo sind sie jetzt? Yeah. Was machst du du? Oh. Warum hat der so einen kurzen Sprung gemacht? Du kannst normalerweise drüber springen ohne Scheiße. Ja. Aber warum haben wir noch viel gefehlt? Ich bin ja überall langgelaufen. Mach ich mal Sinn. Also ich mache es immer so. Ich nehme da wo die so 4er Dinger sind, da gehe ich immer nur eh eine Reihe lang. Weil dann weiß ich ungefähr wo ich schon war. Ach Mensch. Ach Mensch. Wir haben ja noch genug Stations für uns. Ja. Und wir haben immerhin ein Continue bekommen. Die wir wahrscheinlich gar nicht brauchen werden. Ob das ein Continue? Oder ob das Continue als Extralebens zählen? Ich glaube wir haben Extralebens. Ne, Continues sind Continues. Das ist wenn du alle Leben verloren hast. Gibt es tatsächlich auch noch? Warte mal. Ach nee. Wir müssen ja runter. Ja. Da kommen wir her. Das ist auch so eine Sonne wo man richtig viele Ringe absahen kann. Allein durch dieses Rollen. Nach 15 war schon wieder ein extra Leben. Wieder ein 1 hoch. Ein 1 hoch. Ein 1 hoch. Ein 1 hoch. Ah was war ich denn da? Ich dachte gerade das Vieh hat gerade keine Stacheln. So einen Scheiß. Ich habe gerade gerade falsch geguckt ey. Ah. Scheiß Vieh. Ah ja egal. Ah. Das Spiel ist jetzt für einmal. Aber was? Jetzt. Das mag ich auch mal gern. Ja ich gucke ob da was ist aber scheinbar nicht. Bounce. Das sieht aus wie so ein Frühstücksei. Ein blaues Frühstücksei. Ei. Verstehe ich nicht. Ja. Du musst ein Stück weiter gehen sonst kriegst du das Ding nicht. Ich sauge jetzt hier zurück. So. Boing. Hier ist auch nichts. Boing. Hier ist auch nichts. Warte. Und jetzt? Und jetzt? Was sollte ich jetzt machen? Ich sollte diesen Weg gehen. Zoom. Boing. Boing. Geht kaputt. Was soll ich da gerade ein Ding gemacht haben? Hast du das gerade gesehen? Ich weiß nicht. Nein. Ich sehe nichts. Da braucht man übrigens auch 50 Ringe für, für diese Dinger. Damit diese komische Kaugummi-Automaten-Fraschel-Dingung kommt. Ha 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 ha. Ich will mir die Dinger nichts machen. Ich hab mal bei dir. Ah. Oh. Da, 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 da. Gucken, manchmal hat man Glück, wenn man dieses Ding hier so ein bisschen rumschleudert. Das ist übrigens kein Zufall, ne? Du kannst genau berechnen, wann das Ding rauskommt. Ach so. Ähm. Zum Beispiel bei dem ersten, bei diesem Teaser des ersten Bosses. Dieses Feuerding. Wo du ihn kaputt hauen kannst, aber letztendlich passiert da nichts. Mhm. Ähm. Da kannst du, ähm, also wenn du ihn einmal nur berührst, kommt da immer, glaube ich, ein, ich glaube ein Feuerschild raus. Mhm. Irgendein Schild kommt da raus. Auf jeden Fall immer gleich. Also es ist, man muss nur wissen wann. Ah. Na, alles klar. Das ist kein Zufall. Der Experte. Ja, das, das sieht man halt bei den Speedrunnern vor allem, weil die halt genau wissen, wieviel sie klicken müssen, um dann ihr Schild zu bekommen, was sie gerade brauchen. Und hier teasert sich der nächste Boss an. Ja. Der macht ein bisschen Randale. Ein bisschen. Ein bisschen? Ein bisschen, sagst du? Ja, nur ein bisschen. Das, das richtig Randale kommt ja noch. Ach, wir glauben wir hätten mal lang gehen können, wenn ich schnell genug gewesen wäre. Ich glaube, das schaffst du nur mit Nafels, oder? Ne, ne, das schaffst du auch mit Sonic. Ja. Wenn du da durchspinderst, dann müsstest du das eigentlich auch mit Sonic schaffen. Ich bin der Meinung, das schaffst du jetzt noch nicht. Das habe ich auch schon tausend mal versucht. Gucken wir mal da oben nochmal, ob da was ist. Ich glaube, da kriegst du nur ein paar Ringe oder sowas, das ist ziemlich unsinniger gekackt da oben. Und den Checkpoint. Das war's. Ja, man weiß ja nie. Kann ja sein, dass hier irgendwo so ein Ring-Ding ins Klöpchen versteckt ist. Okay, scheinbar nein. Ach, sonst zerquetscht ich nicht. Ne, ne, das passiert eigentlich nicht. Ah, scheiße, jetzt muss ich das Ding wieder von neu nochmal machen. Ne, du kannst einfach runterfallen. Ach so. Du musst da nicht mit so viel Schwung rein, das ist ganz normal. So. Vorsicht, da kommt gleich die Morgenstern noch. Ah, ne, da kommt weiter oben. Ah, nein! Diese Fake, äh, diese Fake-Stachel, ne, finde ich auch richtig doof. Das ist so, man erkennt sie wirklich nur, wenn man genau hinguckt. Wie kommt der Morgenstern? Ach, hier ist er. Wow. Warum heißt es eigentlich Morgenstern? Ähm, aus Gründen. Wahrscheinlich. Was ist, wenn du das Ding am Abend schwingst? Dann ist es ein Abendstern. Ah. Ist ganz klar. Dann bin ich wieder am blauenes Frühstücksei. recht sollten es noch irgendwas doch ein großer ring so das war jetzt jetzt aber jetzt machen wir auch die äußeren nämlich der mittleren links sagen weil dann kann man sich hier nämlich noch im weg ein bisschen freimachen hier ist auf der anderen seite oder auch nein du kannst du das wieder nach vorne drücken und läuft ja so langsam sollten wir uns einmal normalerweise wie gesagt es ist einfacher aber irgendwie es liegt nur an der aufnahme wir müssen den zuschauern ja auch zeigen dass wir auch nur menschen sind die starke sind schon oberförster oberförster puttlich was du denn da das ist aber normal das ist standard eigentlich standard dass man das ding da trifft mann du ist da noch mal so ein viel näher ah danke sehr äh was hast du getan? frag gar nicht das ist ja bekannt das ist nicht neues ich weiß gar nicht mehr ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr einfach ein super kubel ich weiß nicht mehr kubel ist gut ich weiß nicht mehr wenn ich den aber ich kann nicht hoch dass das tätert immer wenn ich zweimal drücken schon irgendwie kilometer weit weg ist ich werde mich ja ja ich habe ja keine dankeschön wenn ich bin ein davon ist übrigens auch genau sprung der sicheres da oben das war man sicher irgendwo sieht nicht gut aus, ne, nope, das ist nicht, ah man, das geht immer nicht, so, äh, den brauchst du nicht besiegen, die bringst glaube ich, ja doch, den muss man, sonst passiert da nicht, das brauchst du nicht, du kannst dagegen dashen, ach so, das brauchst du, wenn du ein Feuerschild hast, brauchst du das Ding nicht, stimmt, eigentlich, ah, 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 ah Quatschen lassen aus Gründen. Ist da drüben noch was? Ah! Nicht da so? Ah! Nein. So lassen wir lieber. Er hat dich rasiert. Ja. Jetzt ist mein Popo ganz blank. Ich hab Popo gesagt. Blank. Hey Gott. Verstehe ich nicht. Ich hab das Gefühl, je länger wir zusammen sind und so stumpfer werden wieder. Geh kaputt. Geh weg. Du kannst übrigens diesen Instant Shield noch, ne? Instant Shield, den er erst mal Sonic 3 drauf hatte. Ja. Finde ich übrigens auch ziemlich cool. Ist manchmal sehr hilfreich. Manchmal ja. So, jetzt macht er ein bisschen mehr abouts gleich. Warte mal, da drüben gab's da drüben auch noch was? Guck mal, ich bin ein... Guck mal, ich bin ein oranges Frühstück sein. Mit Schwänzen. Schwanz. Du hast Schwanz gesagt. Alter, jetzt reicht's aber echt. Das ist voll Unterschichtenniveau hier. Das ist... Das ist ja schlimmer als so manche Minecraft und Call of Duty Kiddies. Hm. Achtung. Oh. Achtung. Oh. Zweimal nicht geklappt. Super. Das ist auch nicht so schön. Heißhändig. Beilig! Schnell! Sonst werden wir zur Getsch. Nein, beilig! Los! Wie bin ich da durchgekommen? Ich hab keine Ahnung. Beilig! Beilig! Der Hund war schuld. Der Hund war's. Beilig! Achso, ist reich. Na, warte mal. Ich hol mir das Schiiiit... Und Ringe, bitte. Auch wenn die nicht so an dich vor Zerfärtschern helfen. Ich hänge hier... Boah, was? Was machst du da eigentlich, hä? Was machst du da? Ich dachte eigentlich, weil wegen Feuer tut nicht Aua mit Schild. Ey, du bist ja auch nicht gegen das Feuer gesprungen, glaube ich. I don't know. Oh, oh. Ah ja, jetzt müssen wir ja hier... Ein bisschen Beeilung geschrieben, ja. Was, 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 was? Wow! 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 Holy shit! Oh, die Mother of Goodness. Wow! Wir werden sterben! Nö, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Oh! Safe! So viel dazu, dann kommen die... Das kannst du übrigens auch mit dem Insta-Schild kaputt machen, ne? Wenn im richtigen Moment jetzt das Insta-Schild aufmachst, dann ähm, triffst du ihn trotzdem. Hm, naja, bei den Viechern bin ich aber halt immer ein bisschen vorsichtiger, weil wegen Aua, ne? Warte mal, da drüben ist was. Da drüben ist doch in der Pro was. Oh, was? Oh, was? Da ist noch ein Fall, glaube ich. Hä? Warte, ich komme mal runter. Äh, wenn ich irgendwann mal wiederkomme. So, jetzt bald, hoffe ich. Hallo! Hallo! Habe ich mir noch am Leben? Liegen Sie mich bitte darüber, der Herr. Kriegen wir es noch hin? Nein, sag mal! So. Oh, ich glaube, das war nur ein Donnerschild. Na, ich meine. Er soll es nicht so. What the hell? Let me out of here. Let me out of here! War hier noch was? Da ist ja so ein Morgen-Morgen-Ding, oder? Warte mal. Nee, wir können mal gucken. Nö. Das ist ja auch zu nah beieinander, die zwei Reihen gehen. Ach, wir sind ja schon am Ende. So, hauen wir ihn gleich mal auf die Nase. Ich glaube aber auch, selbst das bringt irgendwie gar nichts für den End-Boss-Fall. Eigentlich nicht, ne. Das ist nur Optik. So. Ich kann nicht jetzt fliegen. Jupp. Und ich habe jetzt zum ersten Mal, glaube ich, hier habe ich, ich habe trotzdem nicht unendlich Luft, oder? Doch, doch. Da hast du unendlich. Ihr kannst unendlich. Das ist die einzige Szene in der Tales, die unendlich lange fliegen kann. Das ist doch ein bisschen seltsam, aber na ja gut. Nein, verfolgt sich nicht. Nein! 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 Aber seit wann können Hühner eigentlich fliegen? Das sind glaube ich keine Hühner. Das Blaue sind Fliegel, aber das Weiße sind sie zu. Oh, das ist die nächste. Möge und Bläten. Es ist eine große Herausforderung. Die Hühner du hast. Das war ich jetzt. Aber ich sah den Fliegel mit mir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017